Es geht wieder los! Der Abschluss bestätigt Underground. Los, fang an, ich will ausrasten. Was? Ja, es läuft schon. Ja, schön, danke. Ja, bitte, kein Problem. Ja, danke, dass ich den Anfang machen durfte, danke. Du hast gar nichts gesagt, erst als ich schon draufgedrückt hatte. Wo bist denn du hin? Achso, du bist noch in der Warteschleife, cool. Ja, weil ich auch den übelsten fetten Gamer-PC hab und so, ne? Ja, den ist ja. Ja, den ich auch. 128 GB RAM. Ja, total. Mindestens, weiß ich gerade nicht, auswendig. Immer frei. Ja, ja. Das stimmt sogar. Ändert sich jeden Tag immer wieder. Ich kaufe mir mal ein neues dazu. Mal sind es 500, mal aber auch mit 300. Wenn ich da wieder ein neues Mainboard, dann muss ich das natürlich auch einbauen. Ich weiß nicht, was man mit 64 GB Arbeit Arbeitsspeicher will. Du kannst, da hat dich nicht mehr noch niemand ausgelastet. GLP hat es auf 32 GB geschafft, indem er ungefähr 10 Videos gleichzeitig und auf übelster Qualität gerendert hat. War bei seinen CPU, glaube ich, auf 2% gerade mal. Standort. Oder? The. Den höchsten E7. Die 7 Extreme. Ja, den allerhösten, also das ist schon unnormal jeglich. Krass. Krass. Weng beng g g beng g beng g beng g c beng g g c fw. which by t der Gemmots 10. Ja. Oh Gott. Wo? in meinem anus absturz bestätigt oh mann ich seh die nicht bin so blind wie so ein dummer flasch da ist einer na du stuhl so ich hab einen geflasht das war mein erster halbwegs einbarer quickscope vor der hat sich im nebel von der vorräten versteckt das ist so genial man könnte ich nur quickscope mich voll gut damit sind die zu den kommen ich drücke immer zu schnell auf die war der war neis ich bin so dumm ne das gibt's gar nicht wusste ich schon ähm boah ey ich muss meinen pappschutz suchen na komm mal her du kleiner sweetboy gemessert scheiße da waren zwei gegner hoch pro aiming alter pro aiming richtig hart und ein geschütz boah headshot alter boah komm lass mich glücker am unterkommt einer oh schade ja vollends warum alter der stirbt nicht ne mein ganzes zimmer vibriert grad fast geil boah fuck you irgendwie leckt er richtig der server ne was geh mal auf tab oder sammeln ne marke ein wie spät es dann erst angezeigt wird bei mir ist das insgesamt irgendwie so ne cool bei mir nicht normalerweise danke cool jetzt hat meine maus grad gar nicht reagiert so wie ich das naja schul ja ja finde ich auch ja ist doch noch mal müsste man richtigen mw3 marathon machen das immer eigentlich zwei wochen oder so material haben ja hab ich ja bei bauern glaub dann stirbst du eher ja aber das habe ich jetzt bis zum 25. noch material ja ok und hat ds jetzt jährlich ist er gestern oder vorgestern kam der partner gesagt haben ab heute küs sind sie bei fenni frisch r r seitdem haben wir noch mal ewig aufgenommen du dumme 40 ist der nicht noch mal ins kini sagt sie ja hat gesagt und vorher war das ist wenn die durfte sich ich wollte ihn selbst fühlt mich ab in einem ich hab ihn jetzt schon dreimal angeschossen und der macht mich aggressiv der typ und dann habe ich ihn ins knie geschossen jetzt tötest du den einfach geht doch nicht das ist ein gegner hoops ach das war gut kann man mit der m die weg auch mit dem kann man glaube ich auch ganz gut fix gut im kurs schlichten 40 im kurs schlicht und ich habe ich habe keine sind tics an mich geäftet wenn ich schon tot war leu gute idee eigentlich du dumme fotze ne mich kotzt der tipps an ohr hängt doch da in der ecke du hessier nappel achten kopp ey ja genau fickt mich von der seite wenn ich jemanden gerade am ficken bin verfickte fick 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 ich habe eine drohne oh oh geil ich kann wohl doch nicht quick scopen ich bin voll stolz auf dich und so echt och der war richtig geil der hatte akimbo und so der war ne hast du es gesehen ich habe ihn gemessert ich bin voll stolz auf mich den hätte ich natürlich auch so gehabt ja ist ja logisch ich mein du hast den komm her du drecksack oh Junge der server lag das ist unnormal für mich egal nicht ja dann toll freu den keks und lass mich in ruhe ja ich mag keks ja gut ach toll ah fick doch deine mutter ey ne ne echt nicht ne ne ich kann mir nicht mal ne basilisten Alpes basilisten das heißt ballistik das ballistik nein das war mein Name es wird die leptiker und jetzt können sie kürzen wir werden die löschen wenn er die leptiker der Besuchung entgegen die leptischen die leptischen mit der Ballerlistik machen alle ich sag das schon seit ich geboren oder so äh was soll es so dass es in Basel ist so und so viel aus dem Ballerlistik Ballerlistik Waffen wenn schon also als ich geboren wurde besetzt bis auf der Welt gekommen Ballerlistik Ballerlistik ja ich sag immer manchmal mit SCH ja sag ich aber auch manchmal manch manch ja sag ich auch wirklich auch immer so kommt meine Freunde mich immer an alter halt die Presse jetzt oder wie man die meisten immer so sagen einzigste einzigste ist gar kein Wort es gibt nur einzige die einzigste ja gut aber dann das kann man auch unter Dialekt zählen lassen also irgendwo weiß ich nicht Dialekt nicht aber Bayer Bayerisch Bayerisch ist echt der ist nein die Marke oh what ja gut ich glaub das war's jetzt mal wieder vom Parten ne echt nicht ne immer noch nicht alter ich weiß nicht wie lang war denn die Runde wenn die lange Luke war dann ja ich guck mal eben bis gleich so eine Runde infiziert noch und dann ist der Part zu Ende ihr dummen Fotzen oh oh type endlich wuh ich will ich wollte die schon immer mal spielen und Penis warte die vorst du mich grade vorst du begann ich mach jetzt noch übrigens schnell ähm ne Moab ne Moab einfach so obwohl ich noch nie eine geschafft hab ja krieg's auch voll hin und so aber ich schaff die jetzt einfach ja krieg's auch voll hin und so zeig dafür ne pissige Waffe in der Hand warte krieg ich wenn ich's echt hin schaff das ist ne type 95 die ist scheiße die ist so geil die ist kaka die ist richtig geil so dass die einfach an mir vorbeilaufen und ihn nicht sehen finde ich eigentlich ganz intelligent guck mal wenn ich sterbe jetzt zurück oh das Spiel geht oh fuck nein ah war das knapp hm naja 4 zu 1 war ganz gut fast die Moab eigentlich einen davor gestorben hm das war intelligent nein warum wurde Moab mein Taktik Einstieg war zerstört worden boah können sie du nicht machen ne geht nicht boah wenn der trifft ne dann freu ich mich schon wieder voll den Keks ne leider nicht letzter überlebende ne infizierte überlebende oh Gott nein fuck ich leb noch ich leb noch ich leb noch ich leb noch niemand wird mich finden oh noch 30 Sekunden kommt schaffst du nicht bis jetzt als ketscht nein oh du Ficker wo warst du denn im Haus ne ich war in so ne Ecke und hab mich da versteckt und sind Alarmie vorbeigerant und niemand hab mich gesehen so zudem es hat ja alles tôtny die durch die wurde getötet noch mit Tiss 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 tschüss und wie die aufnahme angefangen hat hört sieht auch oft oder hat die so angefangen weiß ich nicht oh da wohl zu lang drauf bis dann Tiss tschüss tschüss